das die Ola hatte er sich und tritt mit Play im heute ein Domination Gameplay und zwar wo auf der neuen Karte auf vor Zahnen mit Jürgen waren Juker uns erspricht und ich freue mich aber nur volle Bulle ich weiß nur nicht welches Bekrieg ich verwenden soll in Dominanz Schau mal das war ganz defensiv das Spiel mit 2 groß würde ich sagen man besteht immer ziemlich gut durch Warten das wird das Name bedeuten Amor auch von Bordeaux zu machen Topsland gut vor allem nicht so oft als das Leben und dann nehmen er ist eben los und konnte sich überhaupt nichts und sie brauchen wurde ich bin so happy dass ich endlich mal was auf den neuen Karten aufnehmen kann es hat ja ewig gedauert bis hier Leute gefunden haben und es spielt keine Sao es ist unglaublich heißt es kommt mir da so zwei gegen zwei selber rein oder was weiß ich das ist es jünger morgen die beiden weg wir machen es auch wohl und recht bringt verliebt er der muss ihn noch ein paar machen für den Titel ohne ein Böse 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 ich konnte es heute ein Geschenk und ein Geschenk steckt auch noch Orja Jaya Jaya und schön ist geil also wenn Lilian schon gut das Team hat und ist es schon ein Caimous was ich so auch gerne muss Punkte E Jonas als falsche Punkt gab und doch zu früh raus Collagen wir dürfen nicht verlieren obwohl Kirche Sport Köln Techniker wenig Gerät um es gibt leider zwei als UEFI Felix escorta Ich hab schon überlegt, ob ich einen eigenen Clan aufmache, ähm, oder zurück in SA-G, ähm, aber weil ich einen eigenen Clan machen würde, wäre natürlich irgendwas mit YouTube oder mit HD Legend der Rösierung, als ob ich das abkürzt, heißt es dann HDL, das wäre ein bisschen komisch. Ach, immer wieder, oh, das war alles knapp, oh, meinst du, scheiß Kamera, wo vergleichst du dich jetzt? Kommt eh keiner her, oder? Ja, kommt der, yeah. Ah, weiter geht's. No, op. So, ui, das ist mit deinem, müssen wir aufpassen. Komm her, das war ein Fehler. Oh, komm schon. Nein, aber Sprichvorhaben hab ich noch geoffen. Das heißt, ich helfe mein Team. Ja, erwischt dich genau mich. Heute sollten Sie die Bedeutung kriegen, oder? Ja, da ist schon passiert. Dominant. Den Kiel auch gleich. Wo? Da ist eine Nähe, und haben nur 10, das ist da hinten irgendwo, ja. Ich gehe zum Schein immer noch ab. Na, der kommt nicht mehr weg. Ja, da drei Leute. In die Fresse. Bär. Was, da ist immer noch einer? Ah, okay. Mal noch mal eine Wunder. Wo, weg ist es auch. Allein weggeknöpelt mit der Pistole. Na, sicher nicht, mein Freund, sicher nicht. Das war einer von den neuen Maps, das ist mir nicht so gefallig. Ich meine, es ist so ganz schön und nett, aber St. Pierre, wie das heißt, oder sowas, gibt es zwei andere Karten, die befallen aber viel besser. Ich hoffe halt, dass ich dann im Rückmatch euch da auch was zeigen kann. Weil ich werde jetzt die ganze Zeit nur noch auf den neuen Karten suchen. Zumindest für die nächste Stunde. Damit ich da euch da irgendwas zeigen kann. Ich hab' auch wieder mal Deathmatch. Ich hab' schon lange kein Deathmatch mehr gehabt. So. Borden hatte derart. Bäm. Wie sind alle die Fresse schießen. Schätzung, B, oder? B, A? Hm, das doch keiner. Da mal B. Irgendwo müssen es sein. Ah, danke. Uh, ich spiele schon mal fast vorbei. Ah, eine schnelle Runde. wo ist es und das ist auch ja das ist ja nahe was das immer noch wo da kann er bedeuten bei der Uziore nicht mehr auslöpungshaft nicht offen warum geht es nicht oben soll jetzt ist auch zu scheitern Ja, war klar Das war mal ein kurzes Spiel Ja, dann nehme ich auf jeden Fall das Rückspiel auch auf Gut Gut, gut, gut Best Sing, den treffe ich normalerweise eigentlich nur mit Mäucheln Na gut, Leute Dann danke fürs Zuschauen Wir sehen uns in dem nächsten Part So wie das Mal Bis dann Cheerio I'll raise my flag You're my clothes It's a revolution, I suppose Whoa Whoa